Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Heute machen wir den ersten Film in diesem neuen Jahr. Ich hoffe ihr seid gut reingerutscht und für 2023 wünsche ich euch alles Gute. Für den ersten Film haben wir uns für den D767 entschieden und zwar mit einer 218 Doppeltraktion und wir wollten ja euch den Olympiablauen ABVMZ 227 ja auch präsentieren und das machen wir hier in diesem Zugverband. Der D767 ist gefahren von Lindau nach Nürnberg und der Olympiablaue ABVMZ ist hier ein Kurswagen und zwar der Kurswagen von Mailand und es war eh ein recht bunter D-Zug. Der vorletzte Wagen ist aber ein Popwagen. So sind die Züge um 1979 durchs Allgäu gefahren. Viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.